So, und jetzt, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, wird's Zeit für diese Weltstars hier. Das sind nämlich die Estereore Brothers. Und diese vier Jungs, die hatten im Prinzip ihr ganzes Leben lang nur einen einzigen Traum, und zwar gemeinsam auf der Bühne stehen, zu singen, zu performen. Ihre Songs laden Sie bei TikTok hoch und stellen Sie sich mal vor, über 600 Millionen Menschen haben bislang ihre Songs angeklickt. Es ist unglaublich. Und für Plauen haben Sie sich was ganz Besonderes überlegt. Sie haben nämlich Gabi von den Schalmeinen zum Geburtstag überrascht. Una pizza, per favore, sag ich nur. So, ragazzi, wir gehen jetzt zum Schalmeinen-Orchester und geben eine musikalische Überraschung und eine gute, feine Pizza. Andiamo! Bye! Bambi-Bambi-Bambi-Bambi-Bambi-Bambi-Bambi-Bambi-Bambi-Bambi-Bambi-Bambi-Bambi-Bambi-Bambi-Bambi-Bambi-Bambi-Bambi-Bambi-Bambi-Bambi-Bambi-Bambi-Bambi-Bambi-Bambi-Bambi-Bambi-Bambi-Bambi-Bambi-Bambi-Bambi-Bambi-Bambi-Bambi-Bambi-Bambi-Bambi-Bambi-Bambi-Bambi-Bambi-Bambi-Bambi-Bambi-Bambi-Bambi-Bambi-Bambi-Bambi-Bambi-Bambi-Bambi-Bambi BAM 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 Maria Auguri Gaby! Und ein schöner Happy Birthday jetzt für die Gaby Zanziaguri, Aze Zanziaguri, Aze Zanziaguri, Karagami Zanziaguri, Aze Zanziaguri, Aze Zanziaguri, Aze Zanziaguri, Aze Zanziaguri, Aze Das sind sie jetzt, die Schallmeilen aus Plauen. Die Überraschung ist doch gelungen, oder? Ja, auf alle Fälle. Und ausgerechnet die Gabi ist nicht dabei heute, oder was? Nein, schon. Dann grüßen wir die Gabi noch mal ganz herzlich. Wir sind ausreichend in italienischer Stimmung. Okay, dann sagen wir nur eins. Volare! Wir sind ausreichend. 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 Penso che un sogno così non ritorni mai più Mi dipingevo le mani e la faccia di blu Poi di improvviso venimo dal vento rapito Ehi cominciamo a volare nel cielo infinito Volare Cantare Nel blu Dipinto di blu Wow, wow, wow! E-U! Troy Olsen, Power! Mamma mia! Ciao, ragazzi! A presto! Mamma mia! Wenn Sie uns gerade noch nicht sehen, dann liegt das daran, dass wir es überhaupt nicht zu Ihnen und vor die Kamera geschafft haben. Ihr sind alle außer Rand und Band. Seid ihr alle so verrückt wegen den Esteriore-Brothers? Warum? Ja! Auch wegen dem! Das MDR Jump Osterfeuer 2024! Ja! 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 Ja!